Was ist das Problem? Wir haben die Abitanz in unserer Region, nicht in der Region, aber auch ein Problem. Es ist ein Problem für die Menschen. Wir lassen die Menschen verschlossen. Wir haben ein paar Tage, und wir haben einen Anfall, wie viele Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.